Pathfinder. Ja, erzählt ein bisschen was zu euch. Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Was macht ihr so? Was macht euch so besonders? Ich hab einen Text vorbereitet, den dürft ihr euch jetzt anhören. Ich seh's gerade, das ist echt eine lange Rede. Das sind 90 Sekunden. Also wir sind... Frederik. Lizi. Marit. Und Isabel. Und wir sind vom Stamm VCP Friedberg. Der Verband Christliche Pfadfindern und Pfadfinder, kurz auch VCP, ist der größte evangelische Pfadfinderverband Deutschlands. Ebenfalls Teil der weltweiten Pfadfinderbewegung. Als Mitglieder der Weltverbände Walks & Warsim setzen wir uns weltweit für Frieden und Toleranz ein. Unsere Aktivitäten reichen von lokalen Gruppenstunden und Zeltlagern bis hin zu internationalen Begegnungen und Projekten. Unsere Pfadfindergruppen sind offen für alle, unabhängig von Konfession, Geschlecht oder Herkunft. Wir bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben, Verantwortung zu übernehmen und Natur zu entdecken. Im VCP lernen junge Menschen spielerisch und mit viel Spaß, sich in die Gruppe einzubringen und ihre eigenen Stärken zu entdecken. Wir haben momentan drei aktive Sippen, die sich regelmäßig treffen und gemeinsam spannende Abenteuer unternehmen. Zwei- bis dreimal jährlich fahren wir auf Lager, um die Natur zu erkunden und neue Freundschaften zu knüpfen. Zuletzt waren wir auf dem Landeslager des VCP Hessens in Schleswig-Holstein, wo wir mit 500 anderen Pfadfindern unvergessliche Erlebnisse hatten. Wenn ihr jetzt auf einmal Lust habt, bei uns mitzumachen oder einfach mal Lagerluft schnuppern wollt, könnt ihr gerne bei uns auch noch vorbeikommen. Wir haben da hinten beim Jo unseren Stand und dann könnt ihr auch einfach noch mal fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Mehr kommt nicht. Sehr schön. Wie ist das so, auf der Bühne zu stehen vor so vielen Leuten? Geht? Ja. Bist du immer gewöhnt, ne? Mit deinen Gruppen? Es sind nicht ganz so viele Leute in der Gruppe. Das heißt, du bist Gruppenleiterin, du bist Gruppenleiter? Noch nicht, das wird aber noch. Also ihr seid am Werden. Richtig. Sehr schön. Wir geben unser Bestes. Ganz viel Erfolg, immer gut Fahrt und immer ein Feuer in der Tasche, ne? Immer doch. Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr hier seid. Alt und feust, weißt duißt,